Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ähm, gerade kam ein Päckchen an. Ja, von einer Case. Ja, und ich mache davon jetzt mal ein Review. Einmal hier Papierkram, brechen und so, und dann hier, keine Ahnung, und was zu kaufen, die Case und mehr oder nicht. So, das ist ein Stand Case, das heißt, man kann die Case hinstellen, mit iPhone drin, mit iPhone 3GS. Machen wir auch. Ziemlich schwer. Aber jetzt habe ich hier die Case. Ja, was hier nur Lust gibt. Okay. Die Case, die ist ganz weich, von der Firma X-Case. Ganz weich, fühlt sich nicht toll an. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal. Hier ist mein iPhone 3GS. Hier bin noch ein... Moment. So. Da hätte ich noch ein Case dran. Und dann... Einfach so hinten rein. So. Und da ist drinne. Sieht das Ganze so aus. So. Also, die Kamera sehr schön angepasst. Hier oben auch alles schön angepasst. Hier auch alles angepasst. Und hier auch. So. Und jetzt zeige ich euch mal die Hauptfunktion von dieser Case. Wir haben hier... So ein Ding. Das Stand. So. Ich muss jetzt mal... noch einstellen. Okay. So. 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 Der Link von der Case wird noch in der Videobeschreibung stehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.